Hey, ich befinde mich hier beim Airlie Cove Big Four Resort. Das ist in der Nähe von den White Sundays. Es ist ein super guter Campingplatz. Es ist der beste, den ich in Australien bis jetzt gesehen habe. Die Häuser sind unglaublich, alles neu, die Küche ist super sauber, groß, geräumig. Unser Haus war super. Wir haben es mit ein paar Leuten geteilt, mit ein paar Freunden. Mir hat es richtig gut gefallen. Genug Platz für alle. Auch für Kinder ist hier gesorgt. Man hat einen riesen Spielplatz, einen Wasserpark, der mir richtig gut gefallen hat. Ich habe ihn eben auch mal ausprobiert. Hier ist ein super Spielplatz für die Kinder. Es ist gesorgt. Man kann in der Nähe kochen. Man hat hier überall Outdoor-Küchen. Also mir gefällt es richtig gut. Es ist fünf Minuten bis zum Strand. Also wenn ihr ein gutes Resort sucht, kommt ihr hier hin, verbringt ein paar Nächte. Es ist top.